Für alle Italien-Liebhaber heißt's jetzt aufgepasst! Das Vier-Sterne-Hotel-Präsidente liegt inmitten des ruhigen grünen Pinienwaldes von Lignano-Riviera und bietet neben Klimaanlage in allen Zimmern eine wunderschöne Außenanlage mit Swimmingpool. Der Privatstrand des Hotels ist nur 300 Meter entfernt und mit Sonnenschirmen und Liegestühlen ausgestattet. Die Bushaltestelle ist in unmittelbarer Nähe und die Fußgängerzone mit vielen Geschäften, Bars und Restaurants ist leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Wir verlosen zehnmal für eine Person zwei Übernachtungen inklusive Halbpension für die Monate Mai, Juni, September und Oktober. Einfach ein Mail mit dem Kennwort Hotelpräsidenten an gewinnspiel.rts-salzburg.at schicken und gewinnen. Wir wünschen viel Glück!